Hallihallo und herzlich willkommen liebe Star Wars Fans zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal mit einem kleinen Trailer Video zu der angeteaserten Serie Bad Batch. Im Vorhinein nochmal, es wurden noch weitere neuen Serien angekündigt, auf die werde ich hier aber nicht weiter eingehen. Und in der folgenden Woche hoffe ich dann, ich schaffe es auch mal mein kleines Preview zu The Mandalorian hochzuladen, an welchem ich seit Beginn der Serie sitze und ich hoffe ich habe es nochmal geschafft. Jetzt aber mehr zum Trailer. Was wir jetzt schon sehen können, sind Action geladen Szenen, eine coole Animation und natürlich auch coole Orte. So viel vorneweg. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei, diesen Trailer anzuschauen und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon Lust auf die Serie habt und natürlich auch, was ihr von dieser Serie erwartet, nachdem ihr diesen Trailer geschaut habt. Ich bin gespannt, was ihr kommentiert und ich freue mich natürlich auch darauf, was ihr schreibt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann! Ich glaub's nicht. Das ist Klon-Einheit 990. Wird die Republik umgestaltet werden? Und zwar zum ersten galaktischen Imperium! Das war eine sehr beeindruckende Darbetung. Dankeschön fürs Zusehen und möge die Macht euch immer leiten!